Hey, alle, ob Sie abschaffen, vorwürdig. Hey, hallo, wie? Willst du es nicht sagen? Nein. Nein. Wohin, der ist nicht lieb. Ja, das ist nicht lieb, oder? Du kannst nicht lieb, oder? Ja, das ist nicht lieb, oder? Ja, das ist nicht lieb, oder? Ja, das ist nicht lieb, oder? Applaus 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 Fcialансer Die hat die zu dennachen Applaus Applaus Keiner Passwahl! Keines gehts! In 41 Stunden, bitte! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Höhe, du Penner! Auf die Linie! Das ist besser auf die Nase. Ohhhh! 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 ...spieler mit Nummer 14. Christian Kieser erhit auf 4 zu 0 für die Spielgemeinschaft. Niemalschabrede Sachsen. Ja, Leute! Aber hätte ich das nicht gesagt, würde ich nicht sagen, was denn wir wissen, dass die uns alle wieder haben. Das wäre das Ding. Wir auf Kieser. Ohhhh! Ohhhh! Huuuuu! Huuu! Ach, wir müssen schief! Ohhhh! Ohhhh! Wenn sie hier bestellen, wir müssen uns schief! Huuu! Huuuui! Das ist mir alles beniebt! Also, hohe es alle mit dir! Die Stuhlschänder ausgestellt, der Rottenberg! Wir gucken mal, dass die Stuhlschänder eins für die Stuhlschänder... Komm mal! Komm mal! Sag auf, Junge! Die Endzeige ist hohe, ich habe die Endzeige schon in den Punkt. Oh, sehr gut! ULA! Hörst du ja alles, Junge! Hörst du ja alles! Die Stuhlschänder ist angeschlossen! So, kriegt ihr noch einmal eine Welle hin und ihr noch einmal einen Applaus für den zweiten Sieger dieses Finals! Applaus Applaus Florian Wagner, wo ist er? Der der noch frischeste aussieht! Und wie größer! Tobias! Sieg Applaus Nee, du musst ein Stück zu mir kommen, Tobias. Weiter weg von der Box. Jetzt geht's. Ja, der Kreis Fachwaffen Fußball-Arust beglückwünscht nochmal die Spiegel-Gemeinschaft Stafel in Fandermünde. Nee, komm, sonst kommt's zu mir. So, jetzt kommt man. Dann nimm mal eins. Ja, der Kreis Fachwaffen Fußball-Arust möchte nochmal einen herzlichen Glückwunsch ansprechen an die Spiegel-Gemeinschaft Stafel in Fandermünde 2. Herzlichen Glückwunsch der Autozentermutter-Kreispokalsieger 2019-20, die Spiegel-Gemeinschaft Stafel in Fandermünde 2.